Es kann nur eine Frage geben zu Beginn der heutigen Folge. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Eine perfekte Woche für Hertha BSC, ich glaube auch für die Fans, auch für die Mannschaft. Deswegen habe ich auch zwei Tage freigegeben und jetzt feiern wir ein bisschen. Der einzige, der nicht feiert und der nicht frei hat, heißt Axel Kruse, sitzt im Studio an der Masurenallee in Berlin. Hallo Axel. Hallo, wieso feiere ich nicht? Also wir fahren nach Berlin. Ach so, gut. Perfekte Woche für Axel, der fährt nach Berlin aus Kleinmachno fast jeden Tag, aber vielleicht ja auch noch im Mai. Und dann drehen wir uns dahin, gucken hinter uns auf die Wand, wenn ihr uns bei YouTube seht. Und da erscheint der Champions League Teilnehmer, der Bundesliga-Gewinner, der wunderbare Christian Beek, der auch keine ganz schlechte Woche hatte. Und all das wird jetzt besprochen in der neuesten Folge von dieser Veranstaltung her. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Da schallt Nina Hagen noch durchs Nachrichtenstudio im rbb, in dem wir uns jeden Montag mit diesem wunderbaren Podcast einquartieren. Und morgen Abend schallt sie dann schon wieder durchs Berliner Olympiastadion mit der Hymne Union gegen Real Madrid. Und Hertha im Pokal-Viertelfinale mit einem gefühlten Freilos. Union nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Hertha oben wieder dran. Die guten Nachrichten nehmen kein Ende, meine Lieben. Es gibt ja noch eine Union morgen, denn das letzte Mal in unserem Stadion. Ist ja auch eine gute Nachricht. Das muss man ja auch mal sagen. Meinst du? Aber nach dem furiosen 5 zu 1 gegen Real geht es dann noch weiter in der Europa League? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das glaube ich nicht. Beke? Wir werden sehen. Genau. Wir werden sehen. Und wirst du das eigentlich in Person sehen? Gehst du da hin gegen Real Madrid? Ist der Name groß genug, um einen Christian Beek ins Stadion zu ziehen? Das reicht dann doch. Ja, das reicht auf jeden Fall. Also Real Madrid muss man gesehen haben. Axel, hast du dich schon mal gesehen? Live und in Farbe? Real? Wir haben mal gegen die gespielt. Nein, also ich nicht. Ich meine die erste Mannschaft, meine ich. Ja, ja. Cristiano Ronaldo war sogar mal im Olympiastadion. War ein Vorbereitungsspiel. War das nicht zu 125 Jahre Hertha? Ja, ja, ja. Und da war Real oder 120 Jahre Hertha. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren die in der Vorbereitung im Olympiastadion. Und da war Cristiano Ronaldo noch, glaube ich, ziemlich jung. Habe mich damals noch tierisch aufgeregt, weil der sich immer so wie John Wayne vor dem Freistoß dahingestellt hat. Aber haben ja dann alle nachgemacht. Aber ja, ja, da habe ich die mal gesehen. Er hat die Freistöße letztlich auch häufig so geschossen, wie du es nie geschafft hast. Da hast du allerdings recht. Ich wollte jetzt nicht gemein sein, aber auf der Sachebene, die mir naheliegt. Na gut, bevor wir nach vorne blicken ins Olympiastadion mit oder ohne Cristiano Ronaldo beziehungsweise ohne, aber mit Christian Beek, blicken wir nach hinten. Und das ist in dieser Fußballwoche die helle Freude. Ich habe es angesprochen. Meine Güte, dass wir das noch erleben durften. Nachspiel. Denn der 1. FC Union, und natürlich, Christian, fangen wir mit dieser Zeitenwende an, hat tatsächlich etwas geschafft, was wir dem Team immer zugetraut haben, aber doch nicht mehr so richtig vor Augen hatten, wie es eigentlich geht. Union hat gewonnen in der Bundesliga, ein Heimspiel gegen Mönchengladbach. Und im RBB24-Inforadio klang das so. Tor für die 1. FC Union. Kevin Volland trifft mit diesem Handelfmeter. Die Köpenicker führen mit 2 zu 0. Benedikt Hollerbach, der Torschütze, einfach mal abgezogen. Das 3 zu 0. Mikkel Kaufmann, gerade eingewechselt. Und damit ist der Deckel drauf. Natürlich ein guter Einstand für mich, aber das wird gut tun zum ganzen Verein, zu unseren Fans, zu unseren Spielern. Ein toller Sieg. Wir können mit breitem Brust das nächste Spiel geben. Nenad Bielica, Lars Becker und Jakob Rüger in umgekehrter Reihenfolge. Das 3 zu 1 von Alessand Plea haben wir uns in der Collage geschenkt, damit Christian schneller reden kann und uns erzählen kann, was, Beke, hat dir denn an diesem wunderbaren Samstagnachmittag am allerbesten von der neuen Union-Mannschaft gefallen? Na, da war es wieder, das, was uns stark gemacht hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Wir haben endlich wieder gezeigt, was wir sind. Wir haben nicht nachgelassen. Wir haben jeden Meter angenommen, jeden Zweikampf angenommen. Wir hatten zum Anfang sicherlich in einem oder anderen Scheinsolider mit Behrens vor allem wieder so einen kleinen Nackenschlag, dass er nicht reinging. Aber dann haben wir halt das Glück, was auch dazugehört, wie bei dem ÖPNETER für Volland, wo Netz den Ball an die Hand bekommt, oder bei dem Tor von Hollerbach, was in den Wochen davor halt gegen irgendeinen Fuß ging und irgendwo anders insprang, aber bloß nicht ins Tor. Auch, dass das Dreieinhalb macht einen Fehler, was man in der Vergangenheit natürlich auch hat, wo Mannschaften Fehler im Spiel aufbaut, aber wir haben es dann halt nicht gemacht. Und diesmal war vor der ersten bis zur letzten Minute so viel Dampf drin, so viel Gier drin, dass die Gladbach natürlich überfordert waren. Und da war es dann wieder. Und das war so schön, und das hat es unabhängig von denen, die auf dem Platz stand, oder wie die Taktik war, die Ausrichtung, war alles ein bisschen anders, wir haben in der Klimakette gespielt, Volland, B-Winz vorne, war jetzt auch nicht das gewöhnlichste Hollerbach dabei, wir hatten zwei Spiele im Team, die in der Vergangenheit nicht so die Rolle gespielt haben oder nicht so zurückkamen. Es gab scheinbar auch mit Sicherheit eine andere Ansprache. Und was schön war, wir hatten zehn Tage Zeit, wie wir gespielt haben. Und das hat natürlich geholfen alles. Und man hat es ja gesehen in den Gesichtern, bei den Präsidenten das Bild, das wir sehen konnten. Und alle sind, Gott sei Dank, wir hatten es ja letztens besprochen, es war so extrem wichtig, drei Punkte zu holen. Und die Mannschaft hat wirklich Gas gepressen. Das war eigentlich das, was uns ging. Glück kam zurück, weil das braucht man. Jetzt haben wir zehn Punkte und haben wieder mehr selbst in der Hand. Ganz kleine Entschuldigung für uns. Tonqualität von Christian ist zumindest bei uns im Studio so ein bisschen durchwachsen. Christian wird einfach bei den nächsten Antworten noch lauter reden und keine Ahnung, aber ich meine, dein Mikro ist so, wie es ist, ist ein eingebautes Gerät. Wir sind ja froh, dass die Zuschaltung geklappt hat. Christian hat Termine, Termine, Termine. Aber Axel hat den Blick auf den Fußball, auch bei Union, jede Woche aufs Neue und in Gänze und in der Tiefe. Du hast hier vor allem noch mal gesessen und hast mir in einem seltenen Moment dieses Podcasts recht gegeben, als ich gesagt habe, viele gucken bei Union auf die letzten Spiele des Jahres, Borom, Köln und Gemeinden, da Gladbach immer so ein bisschen ein. Aber Gladbach ist eigentlich eine ganz andere Hausnummer. Und dann kommt so ein Ergebnis zustande und so ein Spiel. War jetzt auch nicht die Schokoladenseite von Gladbach. Trotzdem, was bleibt bei dir besonders hängen? Also ich habe am Anfang gedacht, ach du Scheiße, es geht ja schon wieder los, weil nämlich Behrens, Beke hat ihn gerade angesprochen, also da waren ja die ersten 20 Minuten, also sagen wir mal bis zum 1-0, gute Torschangen, und die Union hat wirklich gut angefangen, muss man einfach mal sagen, schnell nach vorne gespielt, haben auch nicht so auf Ballbesitz gespielt, sondern wenn sie den Ball erkämpft haben, so wie Beke gesagt, also mit Galligkeit schnell nach vorne gespielt und haben wirklich gute Torschancen gehabt. Und Behrens macht sie wieder nicht. Dann glaube ich, wenn es diesen Elfmeter nicht gibt, dann wird es vielleicht noch mal so ein bisschen tricky. Aber insgesamt in der Situation, in der sich Union befindet, und dann so ein Spiel abzuliefern, das ist schon nicht schlecht. Da sind sie stabil geblieben, kein Gegentor bis, also es war wunderbar 3-0, du führst dann. Und von daher finde ich eine runde Leistung. Ich finde sogar für die Situation eine extrem runde Leistung. Also ich habe jetzt Gladbach, habe ich ja vorher gesagt, die sind eine Wundertüte, die waren jetzt nicht überragend, aber auch nicht so katastrophal. Von daher Top-Leistung. Und man hat natürlich auch gemerkt, schon beim neuen Trainer, was da denn abfällt. Also beim Jubel sieht man das ja, also für alle Leute glaube ich, so ein bisschen, und dadurch, dass du jetzt natürlich dann auch noch die Abschiegsränge verlassen hast, das macht ja was mit dir. Und ich glaube, war, finde ich, ein sehr, sehr ordentliches Spiel, wo, wie gesagt, die Schwierigkeiten, weil Union wird Behrens brauchen. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, weil es wird nicht immer, der Gamechanger wird nicht immer ein Elfmeter sein. Also da musst du als Stürmer schon mal was machen. Aber da mache ich mir noch ein bisschen Sorge, weil eigentlich musst du viel früher höher führen. Bicke, die Aufstellung, Bielitsa hat wieder auf der Seite dieses Roussel-Jong-Gossens Doppel aufgeboten und auch sonst eine gewisse Kreativität an den Tag gelegt, den von dir schon im Sommer immer beäugten Hollerbach von Beginn an und auch sonst da einiges durcheinander gemischt. Wie hat dir das gefallen? Ja, also grundsätzlich noch mal dazu, wir hatten die Chance, zehn Tage lang das auf eins zu trainieren, beziehungsweise dadurch, dass das Bayern-Spiel ausgefallen ist, hat sich da auch so ein Spannungsbrunnen bei der Mannschaft entwickelt zu diesem Spiel gegen Gladbach. Und das ging natürlich komplett in die richtige Richtung, weil dieses Erfolgserlebnis, dieser Elfmeter da war und dann mühste sich ja sehr, sehr viel, habe ich ja gerade richtig gesagt, dieses Googlen des Trainers, das ist schon, da weiß man, wie viel da drin steckte. Und sonst von der Aufstellung, ja, Roussel-Jong großens, das passt natürlich, Roussel-Jong hat auch ein paar Riesen-Zähne nach vorne, die Volley-Abnahme, die er da drin hatte, war echt großartig, großartig gemacht. Haberak, die war in der Mitte, die haben wir nicht weniger zugelassen als sonst. Das hatte schon eine andere Qualität, eine andere Griffigkeit. Vorne Hollerbach, Volland, Behrens, das war anders, das war neu, das war sehr beweglich. Hollerbach ist natürlich eine verrückte Sau und da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ein Sommertag macht natürlich nicht die ganze Saison aus, aber das war anders, das war mehr Esprit drin, mehr Idee und ja, wir brauchen Behrens auf jeden Fall als Botspieler, da hat Axel Aufruf das Recht, weil dort so ein Brett, das brauchst du halt für die Spielfortsätze, und für die Unruhe, die so ein Mann ausstrahlt, also insgesamt war das, so der Auftritt in der Form, war ich auch überrascht und erfreut, weil das war gar nicht so zu erwarten, weil ich 16 Spiele wettbewerbsübergreifend nicht gewonnen und dann spielst du so eine Partie gut ab. Ja, das war echt schon ein bisschen stark. Sehr gern. Manchmal ist es wirklich so als Stürmer, mach einfach mal die Augen zu, knall das Ding rauf und ja, wenn du dann so, der Bann gebrochen ist, er macht zum Beispiel die Situation wunderbar durchgespielt, nimmt ihn auch gut mit und will dann den lupfen. Knall den in die Ecke, Kopf runter, weil ich weiß, wie das ist, weil alle rechnen dir dann die Zeit vor, wie lange du nicht getroffen hast und das Selbstvertrauen geht dann immer runter. Ein Vorteil ist immer, als Stürmer, du hast die Chancen. Also Gedanken muss man sich machen, wenn du die Chancen nicht mehr hast. Aber ich glaube manchmal, bei ihm einfach mal Kopf runter, raufknallen und dann wirst du schon sehen, was am Ende dabei rauskommt. Und mir tut das, weil ich selber Stürmer, aber mir tut das sogar ein bisschen leid, dass der Junge da... Das heißt ja sogar, du bist, menschliche Regungen sind gestattet, auch vereinsübergreifend. Ist das alles in Ordnung, Axel? Mach dir keine Sorgen. Nein, aber insgesamt muss man sagen, also ich finde, Union hat das wirklich gut gemacht und es ist eine gewisse Befreiung und das hilft dir natürlich in den nächsten Spielen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, es war bei uns ja übrigens jetzt ähnlich, gegen HSV. Das Spiel hilft dir denn natürlich gegen Kaiserslautern. Das ist ja klar, wenn du ein Erfolgserlebnis hast, gehst du ganz anders, du fährst ganz anders zum Auswärtsspiel oder gehst ganz anders zum Training, weil die Brust wird breiter und das glaube ich, dieses Spiel wird Union extrem helfen in den verbleibenden drei Spielen. Sind es ja noch Champions League und zweimal in der Bundesliga, das hilft dir. Breite Brust ist ein gutes Stichwort, auch ein breites Organ. Unter der Brust trifft auf unsere Reporter Lars Becker und Philipp Höppner zu. Achtung Leute, wenn ihr den Podcast mit Kopfhörern hört, jetzt vielleicht mal ganz kurz ein bisschen leiser machen, denn jetzt gibt es im Nachspiel kurz zwei Schlüssel-Szenen aus dem bereits von Axel angesprochenen Spiel von Hertha gegen den HSV. diese völlig entspannte und ruhige Pokalauseinandersetzung am Mittwochabend. Der Pass auf, Nader Jindawi mit der Nummer 17, nimmt dann nochmal Tempo auf, schaut rüber, klasse Diagonalball, rüber von rechts nach links, genau in den Fuß von Fabi Reze, der kann den Ball kontrollieren, geht rein in den 16er, Fabi Reze hereingabe, Schuss, Tor! Tor für Hertha in der 126. Das gibt's doch nicht! Fabi Reze hat jetzt hier die Entscheidung auf dem Fuß, Ball ist freigegeben, Reze läuft an, trifft Fabi Reze macht das Tor und Hertha ist im Viertelfinale. Klassische öffentlich-rechtliche Reporterschule, Prima, Jungs! Hammer! Abitsch beschreibt das Spiel, ich meine, John Joe Kenny in der 12. Minute und jetzt der letzte Elfmeter von Fabi Reze musste ja auch von Fabi Reze sein. Axel, gute Erlebnisse mit Hertha BSC in den letzten 20 Jahren, wo würde dieses Spiel ranken? Das ist, glaube ich, an eins. Das ist ein Ranking eins. Man muss wirklich sagen, also ich habe im Prinzip drei Punkte in dem Spiel, was es ausgemacht hat. Punkt eins, Mentalität, muss man einfach mal sagen. Wenn du in der 90. den Ausgleich einmal machst und einmal in der 120. dann ist da was da, dann glauben die Jungs daran, es noch umkippen zu können und man hat auch gemerkt, finde ich, also die gesamten 120 Minuten, also HSV ist fußballerisch die bessere Mannschaft, aber eigentlich, wir haben dagegen gehalten, läuferisch, kämpferisch, in Zweikämpfen immer wieder nochmal zurückgekommen. Also das war von der Mentalität her, vom Einsatz, ich liebe sowas. Ich liebe sowas einfach, also bis zum Schluss und dann, wenn der Schiri abpfeift, fällst tot um und sagst, okay, entweder habe ich gewonnen oder verloren, aber du hast alles, wie sagt man immer so schön, dein Herz auf den Platz gelassen. So, zweiter Punkt, das Monster, the Monster. Also ganz ehrlich, was der Reese da abgeliefert hat, das war unfassbar. Also ich glaube, ich hatte zwischendurch, hatte mich irgendeiner angeguckt und hat mir geschrieben, von 21 Torschütten, die wir hatten, da waren 14 von Reese beziehungsweise war Reese daran beteiligt. Also nicht nur, dass er die Tore gemacht hat, wie der in der 120. Minute, das ist mir auf der Couch, ist mir da schon der Oberschenkel geplatzt, wie der dann nochmal außen durchgeht und dann die Flanke da reinbringt. Also wie gesagt, man darf nicht vergessen, der Boden, tiefer Boden, schießes Wetter und immer wieder, wenn du immer wieder Sprints anziehst, es gibt ja so Mittelfeldspieler, die laufen immer am selben Tempo. Aber das ist einer, der sprintet jedes Mal und das tut weh, ich weiß, dann hast du irgendwann so eine Klopper da unten dran und macht dann auch noch den entscheidenden Elfmeter. Ich finde, das hat dann so, das war klar, da war der Fußballgott oben, ja komm, jetzt muss der auch noch das entscheidende Ding machen, Torwart hätte den Bein noch gehalten, aber es war klar, der Ball geht rein, deswegen Punkt 2 war Reese, wirklich sensationell. und Punkt 3, da muss ich sagen, was macht eigentlich der Trainer vom HSV hauptberuflich? Da habe ich mich so überlegt, also Fabian Reese konnte 120 Minuten seinen Gegenspieler sowas von verarschen. Ich habe so gedacht, als Trainer, deine Aufgabe ist doch hingucken, zu sehen, was macht, was läuft da so und dann coachen. Coachen heißt ja dann zu sagen, mach du vielleicht mal das oder mach vielleicht mal das, aber nee, der hat sich gedacht, lass den mal weiterhin seinen Gegenspieler verarschen und vielleicht mal doppeln oder irgendwie sowas oder mal umstellen oder irgendwie sowas und zum Glück für uns, muss man ganz klar mal sagen, aber da habe ich so gedacht, toi, 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 aber ja, der überschätzt glaube ich dann auch die Kraft seiner Taktik. Zum Glück hat er es nicht gemacht, aber insgesamt für unsere Seele, für die Hertha-Seele, muss man einfach mal sagen, war das ganz, ganz wichtig, dieses Spiel, weil wenn du, ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren wirklich viel auf die Fresse gekriegt, die Saison bisher war eigentlich dünne, wenn man ehrlich ist, mit dem Kader, den wir haben, wo du stehst und dann hast du so ein Spiel, DFB-Pokal, wo wir sowieso immer Schwierigkeiten haben, mit der Auslosung, aber auch mit der Leistung, die wir haben und dann so ein Spiel, 120 Minuten Elfmeterschießen, das ist einfach geil und übrigens, wenn das Spiel nicht so ausgeht, verlierst du auch in Kaiserslautern, da mache ich jede Wette mit. Das wollte ich nämlich Christian gerade fragen, der ja in seiner Karriere auch ein paar enge Spiele, auch so ein bisschen aus einer Underdog-Rolle heraus gewonnen hat und so weiter. Ist es tatsächlich so, wenn man, also dass das alle euphorisiert und begeistert und dass die Reporter ihre Stimmbänder im Stadion lassen, das ist ja alles geschenkt, aber dass es tatsächlich so ist, wenn ich drei Tage später wieder irgendwo spiele und da auch erst mal auf Gegenwehr treffe und das läuft nicht so gut, dass dieses Spiel von 72 Stunden vorher auf diese Mannschaft einen Effekt hat? Ja, das gibt dir einen Schub. Du hast so viel Adrenalin noch im Rennen, im Pokal hinten raus und im Meterschießen gewinnst 120 Minuten 90 Minuten zurück und 90 Minuten zurück entscheidenden Elfmeter reingedrückt. Dann schüttelst du so gegen, während ein Spiel halt auch anders ab und du kannst dann immer noch mal eine Schippe drauflegen, man sieht auch gut bei Widerlechner, gerade wie der unterwegs ist, der trifft auf einmal wieder, weil er eine ganz, ganz lange Zeit am Limit unterwegs war, ganz, ganz lange am Limit gefeiert hat, um da wieder hinzukommen. Reden sowieso, ja, der hat eine Power, eine Qualität, permanent alles abzurufen, das ist ja auch ein Kopfthema, was du da entwickeln musst und da hat die Mannschaft so elementar nach vorne gemacht durch die ganzen Deine Spiele, wo du immer einen Nackenschlag bekommen hast, aber gewinnst, mit einem Dreier oder mit einem Weiterkommen rausgehst. Jetzt tritt das quasi mit der Mannschaft ein, was wir vermutet haben, wenn sie dann abliefern kann, dass sie dann Druck geholt und natürlich eine richtig, richtig gute Rolle spielen kann für den Aufstieg und dass das jetzt beim Pokal so gelaufen ist, da habe ich mich ja selbst gefreut, weil ich habe es ja wirklich im letzten nur auf die Schnauze gekriegt, das war ja ein ganz großes Kino und also das war ein geiles Spiel gegen den SV und auch Lautern ja in dieser Fallbeziele. Also es ist auch dennoch 2-1, was du da machst gegen Lautern. Das ist ja auch noch Schwein, ja, das ist ja auch noch also cool. Aber Beke, das ist genau das, was man immer sagt, du musst dir das Glück auch erarbeiten und ich finde deswegen, du hast jetzt Lautern gerade angesprochen, darfst du nicht vergessen, also 120 Minuten, Mittwoch, die haben einen Tag vorher gespielt und 90 Minuten normal, hatten also viel mehr Erholung, hatten keinen Reisestress, nichts, gar nichts. Und in dem Fall erarbeitest du dir eben das nötige Glück, muss man sagen, erste Halbzeit war gar nichts, ist übrigens auch ganz gut für Pahl zu sehen, also meiner Meinung nach Winkler, Scherhand auf den Seiten, ist, finde ich, zu dünne, das hat er dann auch gesehen, aber es hat er richtig gemacht, dass er die da hingestellt hat in der ersten Halbzeit, weil ich glaube, wenn er den Reise nach den 120 Minuten da wieder hingestellt hätte, gleich am Anfang, dann wäre der geplatzt diesmal und von daher siehst du denn, dass die Qualität, die Tiefe im Kader eben doch nicht so da ist und dann bringst du in der zweiten Halbzeit Reise rein, Tabakowitschern, das ist ein anderes Spiel, natürlich spielt der dann die rote Karte in die Karten, aber nochmal, das ist immer so schnell dahingesagt, Glück musst du dir erarbeiten, das ist einfach so. Wenn du so ein Spiel zwei Tage vorher ablieferst, dann erarbeitest du dir damit auch das Quäntchen Glück und was wir in dem Fall gebraucht haben und vor allem, jetzt bist du wieder dran, 24 Punkte, klar sind immer noch acht Punkte nach ganz vorne, aber ich... aber auf drei ist es auf einmal wieder in Reichweite. Aber ich verstehe gar nicht, wer mir hier was von drei erzählen will. Step by Step. Ja, aber der dritte Platz, Relegation, dann bin ich tot. Dann bin ich tot. Und wenn Beke dann noch recht hat, dass Union dann auch noch... Ganz ehrlich, das wäre doch das Fieseste, was für die Stadt passieren kann, Relegation, Hertha und Union. Oder? Also was Fieses geht nicht. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Hertha schafft es nicht in die Relegation, weil sie am Ende doch irgendwie zu dusselig sind und Union ist irgendwie 15. oder sowas. Aber vielleicht wird ja alles anders kommen und das Szenario einer innerberlinischen Relegation finde ich auch ganz, ganz ruhigbar. Erstmal, wir fahren nach Berlin, heißt ja, das machen wir gleich. Du, bei der ARD, ihr übertragt das Pokal ins Spiel. Also wahrscheinlich, wie vor 30 Jahren, die Bubis, ist das denn Leverkusen gegen Hertha im Pokalfinale? Das thematisieren wir gleich noch, aber weil ich Angst habe, dass Christian uns hier zeitnah verlassen muss, will ich noch das andere kleine Spielchen im Berliner Olympiastadion, was es jetzt gibt, ansprechen. Das Thema in Köpenick. Champions League-Finale für den 1. FC Union gegen Real Madrid. De facto ein Spiel, in dem es irgendwie dann doch noch jetzt eine Chance gibt, aufs Überwintern im europäischen Wettbewerb. Wir müssen uns das nochmal kurz klar machen. Also Union, da entwickelt sich vielleicht gerade ein bisschen was, kommen jetzt mit einem Erfolgserlebnis. Real Madrid kann, egal, die können mit dem Koch und dem Busfahrer spielen. Für die ist dieses Spiel völlig egal. Keiner soll sich verletzen im kalten Berliner Wetter. Und im Parallelspiel ist es so, dass Neapel nicht ganz schlusen darf, wenn ich die Konstellation richtig im Kopf habe. Also eine Gemengelage, Christian, in der da was gehen könnte. Du hast gesagt, du bist privilegierterweise morgen Abend mit dabei im Stadion. Für alle, die nicht mit dabei sein können und kein, ich weiß nicht mal welcher Bezahlsender, das überträgt, ist mir auch egal, denn wir haben es natürlich im rbb24 Inforadio wie alle Spiele von Union komplett live. Also hört euch das an, wenn ihr nicht im Stadion dabei sein könnt. Und Christian, meine Frage an dich war, mit welchem Grad an Optimismus fährst du denn da hin? Außer der Freude darüber, einem natürlich doch historischen Ereignis beiwohnen zu dürfen. Also ich bin sehr optimistisch, weil ich glaube, dass Real Madrid genau das macht. Die Jungs werden aufpassen, dass sie sich verletzen. Ob die Mannschaft auch auflaufe. Und dann die nächsten Aufgaben, die Madrid hat, dann auch mit dem Kader oder mit einem gesunden Kader zu erledigen. Da hoffe ich mir schon, dass da 10, 15 Prozent fehlen. Und das wird unsere Chance sein. Hier geht es wirklich um das internationale Geschäft. Hier können wir das Spiel gewinnen. Sollten im Kader bleiben, je nachdem, was die Jungs und Saga da macht. Aber diese Chance, die man da hat, die müssen wir einfach vollziehen. Das wird so sein, die werden nicht gerne in Berlin spielen, weil drei Grad und Regen, hoffentlich. und da müssen wir das, was wir vorgestern gemacht haben, das mögen die nicht. Und wenn wir das Momentum erwischen und nicht sogar aus einer guten Szene im Tor schießen, mit sehr viel Griffigkeit, mit totaler Aggressivität und Geilheit, da hast du alles in dieser Welt. Wie gesagt, die Madrid werden sicherlich nicht an die Kotzgrenze gehen, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir werden uns im Programm halten und andere Ziele sicherlich die Saison. Also ich bin optimistisch und freue mich riesig drauf, dass wir das mal so sehen, was da so abläuft im spanischen Fußball, gerade der einmal dritt. Also das ist ja eine Kategorie, dass wir im Olympisch-Salon gegen Rera spielen. Und daher, ja, ich wünsche mir einen Dreier sehr optimistisch und ein guter Kulak gehen. Neapel kann halt einfach einen Bus in den Strafraum stellen und dann ist alles egal, die spielen zu Hause, aber das ist vor dem Publikum vielleicht schwer. Ja, aber weil ich gerade gesagt habe, ganz ehrlich, zu sagen, Real Madrid hat nichts zu verlieren. Hallo, das Real Madrid. Also denkst du, die können einfach jetzt mal hierher fahren und sagen, ist doch egal, wir verlieren jetzt mal gegen Union, denn Real Madrid kann nicht einfach... Natürlich werden die rotieren, die werden rotieren, aber rotieren ist bei denen, eine Bombe kommt nach der anderen rein. Also da sind ja alles nur Granaten. von daher, also die können sich das nicht leisten, einfach hier mal so ein bisschen einen Betriebsausflug zu machen. Wie gesagt, nochmal, das ist Real Madrid. Wir werden weltweit geguckt und da musst du immer abliefern. Die Chancen, die Beke gerade gesagt hat, also ja, selbst wenn es fünf, zehn Prozent weniger sind von denen, dass du dann da bist, wenn sie vielleicht mal einen schlechten Tag haben, wenn es so wie heute ist, das Wetter schifft wie aus Kübeln, dann, das mag es ja als Spieler nicht besonders, dass du denn da bist, wenn sie Schwäche zeigen. Aber wie gesagt, zu sagen, Real hat nichts zu verlieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, wir werden es verfolgen. Dienstag 21 Uhr, so schön wird das Wetter nicht werden, eben natürlich ausverkauften Olympiastadion Union gegen Real. Christian, bevor ich dich arbeitsbedingt entlasse, denn für Arbeitsverpflichtungen haben Axel und ich immer ein ganz hohes Verständnis, möchte ich natürlich noch wissen, hast du denn einen Unioner der Woche und wenn ja, wer ist es? Also da bin ich ganz ehrlich, das ist für mich Kevin Vorlein, weil wenn man in so einer Szene einen Elfmeter ausrollt und den Elfmeter dann noch schießt, nach sechs gewonnenen Spielen, vorher mit der Woche schon ein paar Probleme über den Elfmeter schießen, ist er gleich angepredet. Da hat sich der Junge aber den Ball genommen, relativ konsequent, sehr vorprogrammiert in diese Ecke geschossen, wo er hinhaben wollte, ist er denn rein, Gott sei Dank, das wollte er nie andere, aber das zu machen, in so einer Drucksituation, Respekt, und hat grundsätzlich auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, war ja so ein bisschen auch schon als Treleinkauf abgestempelt, muss man auch dazu sagen, dass sein gutes Spiel jetzt nicht zum Top-Einkauf machen, aber ich glaube, er hat mir gezeigt, was er kann und vor allem hat er einen Fall im Grunde übernommen, gerade in solchen Situationen macht das nicht jeder und daher ist das meine Unruhe in der Woche. Der Stürmergruse freut sich für den Stürmer Volland, nehme ich mal an. Ja, wie Beke gerade gesagt hat, also ein gutes Spiel gemacht, also ich finde, gut drumrum gespielt um Behrens, das ist so ein Pärchen Behrens, der Brecher, Volland der schnelle, gute Fußballer, ich mag diese Konstellation, großer Kerl, kleiner drumrum. So klein ist der nicht, wenn man neben dem steht, übrigens der Volland, so klein ist der Volland. Von der Art zu spielen auch, also Behrens, wie gesagt, der Schrank, der den Ball sichern soll, der Kopfballspieler und er spielt dann halt drumrum mit Schnelligkeit, weil er ein extrem guter Fußballer ist und ich finde auch, wie gesagt, Elfmeter macht er dann gut rein und ich meine, dafür hat man ihn geholt, darf man ja auch nicht vergessen, also der kriegt ja auch richtig Geld dafür, also bisher hat er nicht abgeliefert und das war mal ein Spiel, wo er abgeliefert hat, aber ich meine, ein Spiel ein bisschen dünner dann, also muss ein bisschen mehr kommen, aber wie Beke gesagt hat, hat er gut gemacht und hat doch ein bisschen anders gespielt, wie gesagt, wie unter Fischer, unter Fischer kam er mehr über die linke Seite, hier war er im Prinzip zweiter Stürmer, so ein bisschen, war überall zu finden, hat eine gewisse Grundschnelligkeit und ja, also sollte er dranbleiben an der Leistung, das wird der Maßstab sein. Das wird der Maßstab sein, der Maßstab für Christian Beek in Folge 161 wird sein, wieder bei uns hier an diesem wunderbaren Studiotisch zu setzen und in astreiner Qualität dann zu berichten, wie es denn sich zugetragen hat, dass der 1. FC Union auf wundersamer Weise Real Madrid schlagen konnte und hinten drauf dann auch noch gleich in der Bundesliga eine kleine Serie startete. Das, Christian, sind deine Hausaufgaben für die nächste Folge. Jetzt wünschen wir dir gutes Gelingen bei allem, was du beruflich tust. Wir machen hier natürlich noch ein kleines bisschen weiter und sprechen über Herthers Weg zum DFB-Pokaltitel. Beke, alles Gute, vielen Dank, Grüße an die... Alles gut, danke euch, ciao, tschüss. Was ist das eigentlich? Ich sitze ja in der Sauna, Klinkerwand, man, wir werden es nicht machen. Nein, nein. Was ist denn das bei dir dahinter? Erzählt was von Arbeit. Na, der ist auf seinem Anwesen irgendwo. Das ist ein rustikaler Bau. Was hast du denn gesagt? Das ist ein rustikaler Bau. Ja. Na, Glückwunsch dazu. Das sind Steine und das ist eine Betonwand. Das ist ein linken Fernseher. Steine, Betonwand, und da hängt ein Fernseher. Auf dem Fernseher läuft nichts. Das dicke Safe ist das, was er mit Steinen gebaut hat. Da wird er gleich seine Dollars raus. Das ist so meine Büro. Und da, hier, schlackern. Ciao, ciao. Wieder gehört. Also, Christian Beek hat ordentlich Hausaufgaben bekommen, denn nach Real kommt, ganz klassische Kombination, nach Real kommt Bochum. Wer kennt es nicht, dieses Gefühl. Aber wir, Axel, gehen jetzt natürlich noch mal ein kleines bisschen dahin, wo es Hertha in den vergangenen Jahren häufig wehgetan hat, aber irgendwie in dieser Woche eben so ganz und gar nicht, denn du hast es schon angesprochen. Das Thema in Charlottenburg. 30 Jahre, nachdem die Hertha-Bubis im DFB-Pokalfinale standen, wobei das war 93, also das Pokalfinale wäre dann 31 Jahre später, ne? Nur damit wir hier sachlich richtig liegen, genau. Korrekt. Und wir wissen es, Hertha-Bubis mit Christian Fiedler im Tor und gegen Leverkusen, Kirsten, kein schönes Tor, war halt da. Ansonsten coole Mannschaft bei Hertha. Übrigens, schönes Tor, ist egal, weiß ich doch. Kein schönes Tor zählt auch nur ein. Und trotzdem sind mir Tore wie von Niederlechner am Wochenende lieber. Ja, mir auch, aber zählt auch nur einfach. Aber pass auf, jetzt, also gestern, Auslosung in der Sportschau, im Ersten, werden wir nicht despektierlich sein, aber ich sage mal so, keine Mannschaft will wirklich jetzt in Saarbrücken spielen müssen, würde ich sagen, das ist gefährlich, die haben einen Lauf, die haben zwei Bundesligisten rausgehauen, das willst du nicht. Und wenn du dann auf den Rest dieses, nicht ganz so klangvoll. Sag es doch einfach, top los. Genau. Top los, war das Beste, was du kriegen konntest. Zu Hause gegen Lautern war das Beste, was du kriegen konntest. Genau, zu Hause gegen Lautern war das Beste, was du kriegen konntest. Und trotzdem kann man gegen Lautern auch mal in Rückstand geraten. Wir hören mal ganz kurz rein in den Zweitliga-Kick vom Samstag, haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und dann gucken wir, wie man das beim nächsten Mal noch besser machen kann. Also Samstag war es im Inforadio alles so. Ball kommt rein an den Fünfer-Kopfballverlängerung. Tor, Tor für den FCK! 1 zu 1 der neue Spielstand und was für ein herrlicher Fallrückzieher. Sechs Meter die Distanz, Florian Niederlechner, keine Chance für Julian Kral. Die Hertha hat nicht lange gebraucht in Halbzeit 2, um hier den Ausgleich zu erzielen. Neuer Spielstand auf dem Betzenberg, 1 zu 1. Niederlechner, Niederlechner, Tor! Tor für die Hertha! 1 zu 2 und es ist Marc-Oliver Kämpf aus kurzer Distanz mit dem Treffer für die Hertha. Der erste Halbzeitkreis ist nochmal deutlich besser. Zweiter wir auch und mit der roten Karte, da musst du schon so ein Spiel gewinnen. Haben wir getan. Tut mir leid, nochmal Zielfußball, aber manchmal ist es wichtig. Nach dieser Woche, wir haben 120 Minuten gespielt, weniger Regeneration, lange Reise, gestern noch Verspätung mit den Fughafern. Also praktisch bin ich sehr stolz auf die Jungs, dass die die Leipunkte nach Hause nehmen. Sagt Pal, sagt er zu Recht nach einem Spiel, was Hertha möglicherweise unter normalen Umständen verloren hätte? Wie gesagt, er quatscht halt nicht rum. Nö. Also wenn ich manchmal, Entschuldigung, Benni, aber wenn ich dich manchmal irgendwie missen, so, hey, mal klare Ansagen. Gerade dein Benni-Weber-Imitat? Nein, aber einige, die da ja immer ein bisschen, wo ich habe, Pal, sprich es halt an, du musst dieses Spiel gewinnen. Ich habe es vorhin schon gesagt, du hast dir das erarbeitet im Spiel zuvor auch, dass das Glück erarbeitet. Aber nochmal, du hast in Lautern, die sind dann einer weniger und dann musst du dieses Spiel gewinnen, abhaken und da geht es nicht um Schönheit. Wir haben davor so viele Spiele, wo wir dann einen Unentschieden gemacht haben und du kriegst nur einen Punkt. Die hätten wir gewinnen müssen. Und jetzt hat er es richtig gesagt. Dieses Spiel musst du gewinnen, drei Punkte und jetzt rückst du ein bisschen weiter nach oben ran. Also ich finde, so eine Spiele mag ich. Alles ein bisschen dünne, alles ein bisschen schwierig, und auch nicht die riesen Torschancen überall, sondern zum richtigen Zeitpunkt, 82. 83. Minute war das auch, Klatsch, dann fährst du nach Hause, drei Punkte. So ist Profifußball. Und nicht schöne Tore ist nicht Profifußball. Profifußball ist Ergebnis. Ja, ja. Weißt du? Bloß mal für dich jetzt. Ja, ja. Wir sind in der Adventszeit und du bist hier auf eine Art und Weise kaltherzig in Bezug auf den schönen Fußball. Das lässt mich schaudern. Ja, weil du halt ein Amateur bist. Wie gesagt, wenn du schön fußballst, wenn es um schön geht, dann kannst du irgendwie, geh woanders hin. Was bedeutet denn Amateur? Wo kommt denn das Wort Amateur her? Kleine Exkurs in die Sprache. Ja, das wirst du mir jetzt erklären. Ja, vom lateinischen Lieben. Lieben. Der Amateur ist ein Liebhaber. Ah, okay. Ich habe den Fußball lieb, aber vor allem, wenn schöne Tore fallen. Das gucke ich nachher nach. Sehr, sehr gerne. Ich gucke mal schnell in die Tabelle, weil die ist schon kurios. Also wir haben es ja gesagt, Hertha ist jetzt auf Platz sieben mit vier Punkten auf den Relegationsrang, den Axel gar nicht haben möchte, aber dann schon mit sechs auf den zweiten. Aber der Witz ist, also bis zum Rang zehn ist man da mit den 24 Zehnern, die Hertha im Moment hat, dabei. Also diese zweite Liga ist so eng. Das ist einfach. Nach hinten brauchen wir nicht gucken. Da gibt es viel zu viele Blinde da drin. Da müssen wir nicht hingucken. Und nochmal, wir haben jetzt auch genügend Spiele gesehen, wo wir einfach Punkte verschenkt haben, wo einfach mehr drin ist. Und wenn du jetzt 24 Punkte, ich höre mal vor, das ein oder andere Spiel hättest du da noch in Dreier gemacht, dann wärst du oben mit drin. Ich glaube, HSV ist jetzt auf dem Relegationsrang. Ja, ja. So, da haben die 28. Ja, genau. Das sind vier Punkte. Das ist gar nichts. Und man hat eben auch gesehen, ich habe es ja in den Sendungen zuvor immer auch schon gesagt, also HSV wird überschätzt. Wie gesagt, für mich haben die auch einen blinden Trainer. und St. Pauli, die machen das gut. Die machen das wie Kiel, die machen das gut. Aber es ist jetzt nicht unerreicht. Das ist ganz ordentlich oder so. Also nochmal, die Liga ist aus meiner Sicht dünne und jetzt zum 8500. Mal, es wird nie wieder leichter sein, da rauszukommen. Und mit dem Schwung jetzt auch aus dem Pokal, das darf man nicht vergessen, was ich vorhin gesagt habe, das ist ja was Tolles. Manche bis zum Viertelfinale, das wird dann übrigens bundesweit übertragen, überall. Da kannst du dich präsentieren. Wenn du das ernst nimmst, wirklich ernst nimmst, und das macht jeder, also du wirst ja bekloppt, wenn du im Viertelfinale mit einmal sagst, oh, laut dann. Dann kommst du da eine Runde weiter, bis zum Halbfinale. Und bringt auch ein bisschen Kohle oder eine ganze Menge Kohle. Und das ist brutal wichtig, auch für die nächsten Jahre. Ich bleibe dabei, du musst aus dieser Liga raus, um deine Sachen zu finanzieren, um deine Akademie zu finanzieren. Das wird so nicht funktionieren mit Zweitligeeinnahmen. Das funktioniert nur mit Erstligeeinnahmen und vielleicht mal DFB-Pokalspiel, äh, Endspiel. Also das ist dann noch ein bisschen mehr. Also nochmal. Ich finde super, wie Paul das gesagt hat. Einfach, das Spiel musst du gewinnen. Auch nach der roten Karte haben wir gewonnen. Und so läuft Profifußball. Ich war ein bisschen traurig. Ich war ja diese Woche in Österreich beim Biathlon. Bin heute Nacht zurückgekommen. Hab die Spiele aber ganz gut verfolgen können. Ich hatte gehofft, es bleibt in Berlin kalt. Weil ich glaubte, du hast ja manchmal überrascht mich mit so einer gewissen handwerklichen Ader. Gerade wenn es um Garten, Gartengestaltung geht. Und bei den Temperaturen, die wir hier vor zwei Wochen hatten, da hätte ich natürlich erwartet, dass du die Motorsäge rausholst. Und so wie Weiland Bill Murray in täglich grüßt das Murmeltier anfängst Eisskulpturen zu bauen. Und dann hätte ich erwartet, dass bei dir in Kleinmachno eine Skulptur steht. Fabi Rehse in Lebensgröße als Eisengel. Tauwetter in Berlin. Kommst drum rum. Hast du vielleicht ein Ölgemälde von ihm angefertigt oder ähnliches? Also man muss wirklich sagen, lieber Fredi, da hast du richtig hingeguckt. Also den hat ja Fredi noch geholt. Ich muss einfach sagen, der Typ an sich, also reflektierter Typ, überhaupt kein affektierter Typ. Also so von der Persönlichkeit kommt der mir sehr entgegen. Und dann eben, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Mentalität in der 120. zieht der nochmal an. Man merkt auch, wie der die Mitspieler mitreißt, wo er immer noch, wo er die Zuschauer auch nochmal auffordert. Also alles da. Und eben dann noch so Top-Leistung. Also gefühlt ist der an seinem Gegenspieler 20 Mal vorbeigekommen bei dem Spiel gegen den HSV. Also muss man einfach sagen, nochmal und nochmal, dann nach innen. Und also wirklich, das war eine Leistung, die ich selten in einem Pokal-Achtelfinale von irgendeinem Spieler gesehen habe. Man muss einfach mal sagen, ohne diesen Spieler auch in der Liga, ich meine, der hat Torbeteiligung noch und nöcher. Also wir haben ja die ganze Zeit gesagt, Reze und Tabakovic. Aber Tabakovic ist seit ein paar Wochen okay, aber na, nicht gut. Ist einfach nicht gut. Im Moment ist er nicht gut, macht keine Tore und alles. Aber Reze liefert vom ersten Tag liefert der ab. Und das ist einfach, deswegen, wie du sagst, normalerweise müsste man da mal eine Skulptur bauen. Also das ist schon außergewöhnlich. Zwei Gedanken dazu. Erstens bei Tabakovic, eine Sache ist mir aufgefallen, auch bei dem Spiel, wo ich zuletzt im Stadion war. Stimmt, er macht keine Tore, weil aber natürlich er zu Beginn der Saison so stark war, ist es natürlich schon so dieses Abwehrspielerbinden, das Blocken, er macht schon Platz für die anderen. War auch nicht so gut, wie ich es jetzt reden will, offenkundig. Nee, nee, nee. Also im Moment, er sichert wenig Bälle, viel sind die Bälle weg. Sie sieht alle gequält aus. Also im Moment ist er nicht gut. Aber gut, das hat man immer mal als Stürmer, wo es der nächste so ist. Es ist auch nicht sein Spiel nochmal. Sein Spiel ist Flanken, dass er dann da drin ist. Also dieser ein Kontaktspieler, der braucht den Pass dahin. Fredi Bobic war früher so. Der hat auch nicht groß mitgespielt, aber mit einem Kontakt war der, ob mit dem Kopfball vorne oder mit dem Fuß irgendwie, hat er die Reihen. Und so ähnlich ist Tabakovic auch, der braucht halt die Bälle. Dieses Mitspielen hat er nicht so. Und deswegen sage ich ja, umso bemerkenswerter, Rehse liefert durchgehend ab. Mit Vorarbeiten, mit Toren und eben noch als Anführer. Du hast wirklich das Gefühl, der reißt die alle mit. Ohne arrogant zu sein. Das finde ich zum Beispiel auch irre. Wenn der in die Kurve geht und da rumwedelt, es wirkt nicht so wie bei Christiano oder sonst wem. Der macht da nicht seine persönliche Show, sondern der nimmt sie alle mit. Der ist Woche für Woche der beste Herr Thaler. Jedes Spiel ist er der beste. Was machst du denn eigentlich, wenn jetzt da im Winter einer kommt und sagt, der legt dir irgendwie acht Millionen auf den Tisch? So bescheuert habe ich noch nicht mal gedacht. Ich wollte dich jetzt fragen, wie kann man denn überhaupt davon ausgehen, dass der nächstes Jahr noch in Berlin spielt? Weil der dafür, der ist doch viel zu gut für die Liga. Naja. Und jetzt sagst du den Worst Case, Winter. Du hörst mir nie zu. Was sage ich denn die ganze Zeit? Du musst aus dieser, Entschuldigung, dass ich jetzt das sage, aus dieser Drecksliga musst du raus. Zweite Liga, tut mir leid. Die Einnahmen sind viel zu gering. Das ist ganz niedlich. Okay, vielleicht dem einen oder anderen macht es auch Spaß. Dem ist egal, ob er per deiner zweiten oder in der fünften Liga spielt. Hauptsache, er kann da sein. Nochmal. Du musst da raus. Und du glaubst, wenn sie aufsteigen, würden sie ihn halten können? Du hast ganz andere Einnahmen. Du hast ganz andere Einnahmen, dann kannst du ihn auch halten. Und ich glaube, natürlich will der dann auch mehr verdienen. Es ist völlig legitim. Der ist übrigens hergegangen, also das, was ich so gehört habe, wollte der eigentlich, also ich will nicht sagen, davon nichts mehr wissen, aber der war not amused, dass wir abgestiegen sind. So, ist dann trotzdem gekommen. Man hat ihn trotzdem überzeugt von dem Weg. aber der will in der Bundesliga spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der sagt, ey, das macht mir so einen Spaß hier. Das finde ich so cool mit den Fans auch. Das finde ich, dass der dann vielleicht bleibt. Dann müssen wir aber auch mal die Überzeuger ein bisschen loben. Also wer auch immer ihn da überzeugt hat, das haben sie gut gemacht. Wir sind ja durchaus immer mal kritisch, auch in der Saisonanbahnungsphase mit der sportlichen Führung von Hertha gewesen. Aber das ist dann ja gut gelungen, wer auch immer da die Privatgespräche geführt hat oder nicht privaten, sehr gute Arbeit geleistet, weil das muss man ja erstmal schaffen. Natürlich ist der fest davon ausgegangen, dass der in den Erstliga-Verein wechselt. Ganz genau. Ja, ganz genau. Und von daher, ja, ja klar, das Entscheidende ist einfach. Aber dann sieht man auch, der hat ja einen Vertrag und der hält sich dann auch an den Vertrag. Haben wir ja schon in der Bundesliga ganz oft erlebt, die dann gesagt haben, wir wollen woanders hin und was ich was. Ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt rechtlich möglich wäre. Es ist immer egal. Aber es ist völlig wurscht. Der Junge, also es ist ein Gesicht. Es ist ein Gesicht für diese Mannschaft, für den Verein und in allem, was ich vorhin auch gesagt habe. Diese Art und Weise, wie er rennt zum Flohmarkt mit seinen Fingernägeln. Ich mag das ja so ein bisschen, dass er, es ist eine besondere Persönlichkeit und er liefert ab. Es gibt ja auch ganz viele, die ganz viel quatschen und sich ganz toll hinstellen, aber nicht abliefern. Und der liefert ab. Und wie du sagst, Herr Tana der Woche, der nächsten Woche nicht. Ich mache schon für nächste und übernächste Woche, egal wie das Spiel, mache ich schon mal Herr Tana der Woche Rehse. Er hat ein Abo, womit wir dann in der Kategorie, die ich gerade eben mit einem nervösen Finger schon zu früh reingedrückt habe, nach vorne gucken können. Es geht immer weiter. Komm, wir bleiben noch kurz bei Hertha. Schöne Konstellation für Hertha. Jetzt hat mal ganz viel gerade kurz geklappt. Und jetzt kommt ein Spiel, kannst du nur verkacken. Nächsten Samstag, 13 Uhr, 17. Spieltag, Heimspiel gegen Osnabrück. Osnabrück hat 8 Punkte. Ich will das gar nicht hören. Was denn? Ich will das gar nicht hören. Ganz ehrlich, dann komme ich nicht. Kennst du auf deinen Verein. Dann komme ich nächste Woche nicht. Ach so. Wirklich. Dann esse ich hier mit Wege alleine die Plätzchen. Und ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass das innerhalb der Mannschaft, wir haben gerade über Rehse gesprochen oder Tabakovic auch Anführer, der da mitmacht, Toni Leistner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in so ein Spiel, ja gut, jetzt gegen die und so, also die wissen schon, dass sie top abliefern müssen und dann gewinnst du das Spiel, aber mal ganz sicher. Also das Spiel musst du, sonst ganz ehrlich, wenn du jetzt gegen Osnabrück zu Hause Punkte verlierst, also, na dann falle ich ja vom Glauben ab. Dann war zumindest, sagen wir mal, gerade das, was in der Liga passiert ist, umsonst. weil die drei Punkte sind ganz fest eingeplant. Genau. Hast du 27 Punkte dann, mal gucken, was die anderen machen, wird man dann sehen. Auf jeden Fall ist es denn wenigstens annähernd so, wie Palz es gerne hätte. Und du hast ja dann im nächsten Jahr, Rückrunde beginnt dann, glaube ich, direkt gegen Düsseldorf zu Hause. Du musst dann halt die direkten Gegner auch schlagen, dass du weiterhin oben rankommst. nochmal, ich glaube, in dieser Liga und auch nicht Platz drei, sondern bis nach oben. Ich habe das, glaube ich, in einer der ersten Sendungen gesagt, nachdem wir gegen St. Pauli verloren, die uns im Stadion hier vorgeführt haben. Das wird, das bleibt nicht so. Man merkt dann auch, die spielen gegen Osnabrück dann mal unentschieden, weil ich halte die, die haben eine gute Spielanlage, aber qualitativ von den Spielern halte ich die für nicht so gut, dass die da oben vorweg marschieren. Da bleibe ich dabei. Wie gesagt, Anlage ist ganz gut, spielen können, haben keinen richtigen Stürmer. Und was ich gesagt habe, wenn du, wenn du, sag mal, jetzt, wo das Wetter, die Plätze schlecht, in der Bundesliga sieht das alles toll aus, wenn man mal gesehen hat, jetzt Stuttgart gegen Leverkusen, oh, der Rasen, wunderbar, toll noch. Aber in der zweiten Liga ist das alles nicht so in der Top-Qualität. Und dann brauchst du vorne mal einen Brecher, der aus nichts mal ein Tor macht. Und da ist er nicht mit schönen Spielen. Und man hat ihn auch gesehen beim Spiel gegen den HSV, wie man denen dann auch den Schneid abkaufen kann. Und das ist das, was ich meine. Da ist alles drin. Wir haben jetzt Druck, dadurch, dass wir am Anfang der Saison und zwischendurch einfach Punkte verschenkt haben. Aber trotzdem bleibe ich dabei, musst du versuchen, das dieses Jahr noch zu wuppen. Und das ist möglich. Klar, es ist Druck da und es ist nicht einfach. Aber, weil sonst hast du nämlich im nächsten Jahr ein Problem. Haben wir uns alle gefreut? Ja wunderbar, vielleicht Halbfinale oder vielleicht sogar Pokal entspielen. Dann freuen wir uns alle. Und nächstes Jahr, wir wollen, Herr Rehse sagt sich, wiedersehen. Herr Tabakowitsch sagt vielleicht, wiedersehen. Ist ja klar. Also da würde ich jetzt eine Wette darauf abschließen. Wenn Hertha nicht aufsteigt, dann spielt Fabian Rehse vorbehaltlich von irgendwelchen schlimmen Entwicklungen, die wir keinem wünschen. Nächstes Jahr nicht. Und was bedeutet das denn für Spiele? Wir haben es ja gesehen. Wie abhängig wir von ihm sind. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ich beobachte Hertha jetzt auch seit Jahrzehnten, eine Hertha-Mannschaft gesehen zu haben, über insgesamt, die so abhängig ist von einem Spieler, sicherlich phasenweise unter Marcelinho, ganz anders, aber trotzdem. Natürlich war es so, dass diese Mannschaft auch sehr abhängig war von Marcelinho, aber wir reden hier von einem Außenbahnspieler und die Mannschaft ist von dem abhängig. Das ist schon krass. Aber zur Kenntnis genommen, ausführlich besprochen, irgendwann kommt auch der Eisengel in Form von Fabian Rehse. Keine Eisengel, sondern eiskalte Konzentration braucht Union im ganz krassen Wechsel. Du spielst gegen Real Madrid, das wird ein Riesending, egal wie es ausgeht. Lass die unentschieden spielen, dann werden die von 70.000 gefeiert, ohne Ende, weil es einfach eine tolle Fahrt war. Und dann schön ins Ruhrstadion. Superstadion, coole Fans, gut eingestellter Gegner in der Tabelle genau drei Punkte vor dir. Ein an Wichtigkeit nicht zu überbietendes Spiel. Wie schwer ist es im Kopf, so einen Schalter umzulegen, wenn du vorher gegen zweite Mannschaft von den Himmelweißen spielst? Ich tippe jetzt mal. Du wirst unentschieden spielen gegen Real Madrid und in Bochum wirst du das Spiel gewinnen. Ich einfach glaube, wie gesagt, wenn sie so spielen wie gegen Gladbach, mit dieser Leidenschaft wieder, mit dieser Intensität wieder und dann natürlich auch mit der Qualität, die du dann am Ende auch hattest, dann glaube ich, dass du in Bochum bestehst. Es ist schwer, aber ich glaube, in der Mannschaft, in der Situation, in der du dich befindest, es zählt ähnlich wie bei Hertha, da kommt mir doch keiner und sagt, jetzt haben wir jetzt mal gegen Real Madrid dritt gespielt, jetzt kann ich mich nicht straffen gegen Bochum? Also da ganz ehrlich, dann haben die den Job verfehlt. Die brauchen, also kannst du als Trainer nur die Tabelle hinhalten. Du musst immer nur die Tabelle hinhalten, da stehen wir. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Spieler gibt, die jetzt mit einmal durchdrehen und sagen, na eigentlich sind wir eine Champions League Mannschaft, kann ich mir nicht vorstellen. Und so haben sie übrigens gegen Gladbach auch nicht gespielt. Nein. Da hast du schon gesehen, die alten Tugenden, die waren wieder da und von daher. Sind wir da mal optimistisch, um das abzubinden? Axel, deine alten Tugenden waren heute auch wieder sehr da. Übrigens ist es blöd, wenn du gegen Bochum, du hast gerade gesagt, drei Punkte sind die vor. Wenn du da verlierst, dann sind es sechs. Also deswegen darfst du auf gar keinen Fall verlieren. Wenn du mit dem Unentschieden auch okay, aber ich vermute mal Unentschieden gegen Real und Sieg gegen Bochum, das ist mal mein Tipp. Ja, wenn du mit dem Unentschieden rausgehst, ich verstehe das, was du sagst. Also, ich bin jetzt ja auch nicht so der Statistik-Guru, auch wenn ich hier nebenbei immer noch so ein bisschen nachgucke, was so ist. Also, wenn du nach 15 Spielen elf Punkte hast, musst du schon lange kramen, dass deine Mannschaft einen Klassenerhalt geschafft hat. Es gibt andere schlechte in der Liga in diesem Jahr, ist völlig klar, aber trotzdem. Also ein Sieg wäre schon eine schöne Sache. Jetzt habe ich dich aber gerade gelobt zum Abschluss. Es gibt einen Tadel. Nein, gar nicht. Alte Qualitäten und so weiter. Noch kurz gesagt, wir wollten eigentlich oder hätten heute auch noch ganz gerne über die DFL-Investoren-Debatte gesprochen, aber es ist jetzt 11.54 Uhr und es gibt noch keinen neuen Sachverhalt. Deswegen heben wir uns das auf für nächste Woche. Spannendes Thema, auch aus Berliner Sicht und machen für heute mal den Sack zu. Denkt dran, Dienstagabend, Union live in der Champions League im Inforadio und am Samstag erst Hertha komplett live in der Inforadio-App und dann Union komplett live in der Inforadio-App. Die spielen auch Samstag. Wollen wir jetzt gerade noch mal gucken. Klar, ist so. Union spielt dann am Samstag in Bochum. So machen wir das. Übrigens, wahrscheinlich am Samstag gegen Osnabrück, da wird Fluppe sich aus seiner kurzen Misere befreien und wird, der macht mindestens zwei Tore, Fluppe diesmal. Wenn wir diese Folgen noch mit so elegischen Titeln benennen würden, wie zu Anfang unseres Podcasts vor viereinhalb Jahren, dann würde ich die Folge nennen die Weissagungen des Axel K. Aber wahrscheinlich heißt das irgendwie Hertha und Union gut in Schuss oder so. Hauptsache, ihr abonniert den Kram, schreibt uns gerne euer Feedback an hauptstadtderby at rbb-online.de. Wir sind nächste Woche wieder da. Ich bin Dirk Wallsdorf vom rbb-Sport. Christian Beek findet dann hoffentlich auch den Weg in die heiligen Hallen. Axel ist sowieso immer da. Bis dahin, alles Gute, schöne Woche, viel Spaß beim Fußball.